Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Die Rede eurer geistlichen Überhüllung, Verdammnis hat Wunder gewirkt. Meine Kartenzen sind wieder motiviert. Heimdank und gebt gut Acht auf meine Abschlussklasse. Ja, da haben wir unseren dritten General und auch noch Bruno der Besonnene für Fernkampf und Belagerungskampf. Also ja, dem verabreichen wir 10 Reiter und 5 Kanoniere. Dann hätte ich erstmal gerne das Territorium da drüben. So, als nächstes 3-1. Wobei, wir gehen erst hier hin, also 4-2-1. Da brauche ich noch einen davon, einen davon. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. So, als nächstes das hier. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und wir haben eine Schlacht gewonnen. Haben nur zwei Pekiniere verloren. Da ist übrigens da der südliche Friedhof. Wenn es hieß, sie sind an dem Hafen angekommen. Waren erst beim Lernen im Friedhof. Das war der hier. Dann bei dem Friedhof und sind zuletzt bei dem Friedhof gewesen, bevor sie jetzt hier einmarschiert sind. Wo ich das hier? Und ja, es waren vier. Pekiniere, die wir verloren haben. Dann ersetze ich die doch gleich mal gegen... ...vier Reiter. Waren wahrscheinlich ein paar Geisterpikiniere mit dabei, ne? Was kann ich hier machen? Kirchgeweide, da kann ich Güter tauschen. Goldgegen... Wow, mh... ...interessant. Das Gebiet kennt ich noch gar nicht. Also ja, und hier hätte ich dann auch noch gerne einen Pater eigentlich. Also zwei Pater, bitte. Na ja, hauptsächlich fehlt Nahrung grad. Und ja, mit Lucinda lasse ich mir jetzt noch etwas Zeit. Es fehlt noch ein Moment. Und hauptsächlich Waffen fehlen eigentlich noch. Und ja, es war irgendwie klar, dass bei so einem Mengenaufgebot die Pferdezichterei nicht so gut nachkommt. Und deswegen stellen wir die auch mal auf bessere Verpflegung. Und da ihr so genug Gold macht, stellen wir euch auf einfache Verpflegung zurück. So, kannoniere und alles wird produziert. Du hast deine Kanonen, du hast deine Kanonen. Dir fehlen halt noch deine Reiter. Ja. Ja. Okay. Ein Pate sind wir schon mal hier hin. Lagerhaus voll. Das ist auch noch nicht ausgebaut. Also ja, überall wird rumgewuselt. Weizen sieht jetzt wieder viel besser aus. Brot sieht so lange aus, dafür haben wir aber ja jede Menge Fisch. Wir können ja hier noch für mehr Fisch sorgen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und ein Jäger hier. So, die Reiter sind unterwegs für meine Armee. Wie sieht es eigentlich hier mit den Waren aus? Was fehlen noch Waffen? Aber darum wird sich ja auch schon gekümmert. Gebäudeausbau fertiggestellt. Also ja, unsere drei Armeen sind voll. Das heißt, die Waffen können jetzt... Hm, habe ich vergessen hier noch einen von denen auszubilden. Ja, scheint so. Also ja, scheint so. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, als nächstes dann das Prestige kommen. Also wieder 3-1. So, jetzt geht's. So jetzt sollten dann aber peu a peu die Waffen die gebraucht werden eintreffen. Wie wandern wir dann am besten? Was fehlt denn noch überhaupt? Hier drüben haben wir alles eingesankt. Eine neue Handelsfunktion ist verfügbar. Ich würde sagen, hier hoch, dann runter. Also 4, 2, 1 brauchen wir als nächstes. 4, 2, 1. So, eine Waffe fehlt noch, genau. Ah. Nehmen wir Klamotten. Waffen brauchen wir jetzt gerade nicht so viele, tolle. Da kommt ja schon die letzte Waffe. Befestigungsausbau beendet. Oh, sehr schön. Die Befestigung. Ist so halber ausgebaut. So, und da sind unsere Ressourcen unterwegs. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier wäre übrigens noch Stein gewesen. Zehn Stück, aber... Wird ja auch nicht mal mehr auf der Karte angezeigt, dass das Stein ist. Hier sind folks jetzt... Die Befestigung. Die Befestigung. Vielen Dank.